Oh, kennt ihr diesen Moment, weil ich dich einfach strecken muss, ey, das tut so gut. Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Nihon. Herzlich willkommen zum nächsten The Walking Dead Season 3. Let's play! Ja, Freunde, heute geht's weiter mit der nächsten Folge. Die letzte Folge, Alter, war echt am Ende extrem traurig gewesen. Wir haben erfahren, was mit AJ passiert ist, dem kleinen Jungen. Er wurde einfach von der New Front Frontier behalten. Und es hat sich herausgestellt, dass der Bruder von Javier einfach, der David, so ein Spasti ist, Alter. Der hat einfach Clementine verbannt. Ich könnte niemals, wenn ich so eine Gruppe hätte, so ein kleines Mädchen verbannen, egal was sie tut, Alter. Hör mir auf, ey. Und dann, ey, Top-Kommentar, letzte Folge, ey, Clementine ist so hot, ey, die ist so geil. Ey, mal diese Perverslinge unter euch in den Kommentaren, Alter. Feier ich manchmal richtig, ey. Und ja, Freunde, wir machen jetzt genau da weiter. Clementine hat hier diesen Flashback gehabt, sie hat sich zurückerinnert. Wir haben erfahren, was mit AJ passiert ist. Und jetzt geht's weiter. Ich bin gespannt, was passieren wird, Alter. Dieses Spiel ist einfach unbeschreiblich geil, Alter. So, wir klicken auf Fortsetzen. Und jetzt geht's weiter. Er lebt noch, er wird noch leben, Clementine, mach dir keine Sorgen. Er war die einzige Familie, die ich geblieben hatte. Hört mal die Musik im Hintergrund, Alter, Mann. Ey, ich vermisse so sehr Lee, Kenny, Alter. So, ah, Junge, geh drauf, bam, mit dem Baisy. Ich komme mit der Baisy und du hörst dich an wie Jay-Z. Vier-Eck-X im Schermutter. Komm, weiter, weiter, weiter. Ein bisschen Randale. Palawa. Türe zu. Tak, 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 tak. Rück, 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 rück. Tchuu, tchuu. Ai, 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 ai. Na, super. Guck mal, was du da auf der Bande kommt. Ja, super. Einen Weg reinfinden. Oh, oh. Komm. Ey. Komm, Javier. Kraft, Junge. Mach die Kraft. Schau, wo das klappt. Ah, meine Nase. Ja, wie soll man das denn aufbrechen? Warte mal, hier. Oh, nein, Alter. Oh, nein. Das. Das Ding da. Oh, mein Gott. Und der denn? Hinter dem ist was. Eine Brechstange. Mach auf. Links. Gib ihm eine Bombe. Schnell. Stopp. Perfekt, perfekt. Hol die Dinger raus aus dem Auto da. Wir brauchen das schnell, schnell, schnell. Damit können wir das aufheben. Komm, schnell. Das brauchen wir auch noch. Ja, Augenblick. Augenblick. Schnell, schnell, schnell. Zieh durch, zieh durch. Komm, der macht richtig langsam, der Javi. Ai, ai, ai. Komm, drück. 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 Schnell, schnell, schnell. Ai, 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 ai. Schnell. Jesus, komm. Super, jetzt müssen wir da noch schnell rein. Au, au, au. Runter, runter. Boah, das ist aber echt verdammt knapp, Mann. Ich hab gedacht, wir finden das nicht, ey. Danke auf jeden Fall auch allen, die gestern beim Livestream dabei waren, Leute. Wir haben echt wieder so viele Zuschauer da gehabt, Alter. Ihr wart einfach nur Weltklassen, Mann. Es macht so einen Riesenspaß. Danke auf jeden Fall nochmal an alle, die gestern dabei waren, Leute. Das war echt unglaublich geil, Mann. Unglaublich. Wir brauchen unbedingt ein neues, festes Spiel auf dem Kanal. Es fehlt auf jeden Fall eins, Mann. Eins fehlt jetzt noch. Warum ruckelt das so oft, Mann? Diese scheiß Xbox, Alter. Kann man nicht fassen. Oh Gott, da müssen wir jetzt aufpassen. Schnell, Tritt rauf, schneller. Boah. Ja, und wie kommt ihr da jetzt wieder raus? Ja, das Tor wird die auf jeden Fall aufhalten. Hey, ich bin hier. David! Was damit? Er ist unser Bruder. Er hat uns doch geholfen, hier hinzukommen, ey. Auch wenn das ein Schwein ist. Wie konntest du ihr das antun, ja? Gott, was ist es Mariana oder Gabe? Was hat sie gesagt? Dass du sie wegst, um sie zu sterben? Nein, wir haben sie raus. Eine kleine Mädchen, alle alleine da draußen. Du denkst, Mariana könnte das überleben? Wir hatten die Regeln. Clem hat sie verletzt. Ich hätte das gleiche gemacht, mit jeder. Sie wusste was passieren. Keine Ahnung, für sie. Jeder macht Fehler. Jeder macht Fehler. Man macht Fehler, Mann. Was über die Entschuldigung? Wir können nicht mehr Entschuldigung. Er muss doch noch leben, Alter. Wer? Er ist tot, Mann. Was? AJ hat überlebt? Er hat überlebt. Er hat überlebt. Er war stärker, als wir glaubten. Er war... Er war ein Miracal. Du bist lieb. Ich weiß nicht, Clem. Ich glaube nicht, er liebt über das. Du kennst ihn nicht wie ich ihn. Clementine, bitte, ich sage die Wahrheit. Wo? Wo ist A.J. jetzt? Ich weiß nicht sicher. Aber er ist in Richmond? Dr. Lingard took care of the boy. He'll know how to find him. Dann bin ich zurück. Keine Ahnung, bis die Walken ist offen. Was ist dein Plan, David? Wir haben ein Fahrzeug in diesem Weg. Provisionen. Ich bin, um dich zu setzen. Und? Und zu sagen, Tschüss. Was? Ich will nicht, dass du dich über Kate und Gabe beschäftigst. Du willst nicht, dass ich bleibe? Alter, hat er nicht gepum... Alter, was war das? Stimm kick! Ach du Scheiße, das war der krasseste Kick überhaupt, Alter. Habt ihr das gesehen? Out of nowhere, run! Alter. Richtig geil, Mann, der Jesus. Ich feier den. Boah, was ein Kick das war. Habt ihr das gesehen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Da, wo wir gewohnt haben, früher? Die können kommen in handy. Ich will nicht nur sie nehmen, aber... Ich könnte sie schlafen, aber... Ich glaube, diese kamen von Prescott. Das ist Phantom Punch. Ich verstehe nicht, wie alles hierher kam. Wie du es nicht weißt. Hey! None of this stuff was here before. I don't have a damn thing to do with it. We've only ever kept a few basic supplies here for scouts, for emergencies. Deine Gang hat das gemacht. Your people looted this stuff from Prescott, David. Come on, we can't know that. Who else knew about this place? Your outfit is the only one that gutted my town. This is bigger than just Prescott. There's spoils from other towns here, too. Towns I heard got raided a while back. There's stuff here from the kingdom. Look how many there are already. Goddamn, I heard it's really honest. Free the fuck off. You were here. Wouldn't be in this mess if you hadn't gone all treas. Let's dust them. Take over. Ah, das sind diese Vicksaman. Da. Jetzt sehen wir deinen Kopf explodieren. And now we get to see your head poppy, you piece of shit. Was für Schweine, Alter. David? I thought better of you, Max. I really did. David, come on, man. We're a unit. Bleib zurück. There's no need for... Was ist das denn für ein Bastard, Alter? Der schießt sofort los. Oh, 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 oh. Super. Wie soll ich mir den denn jetzt packen, ey? Links. Boah, das knapp. Lauf, 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 Krabi. Ah. Ich muss mal echt wirklich passend drücken. Komm, komm jetzt. B, B, B. Komm. Oh, ich schneide dich am drücken. Habt ihr das gesehen, Alter? Links, rechts. Komm, 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 nochmal. Geh wieder auf die Fresse. Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Nimm die Scheiße hier. Boah, mit der Tasse in die Fresse, Alter. Oh, oh, Rotzange, Rotzange. Dreieck. Boah, fuck mal deine Nase. Ach, du Scheiße. Oh, oh. Ach, du Scheiße. Oh, mein Gott. Scheiße. Junkyarder. You're not about to fly my way. Oh, nein, oh, nein. If I'd have known you were David's brother. I'd have shoved that gas can down your throat and lit you up like a candle. But this will do. She's. She's. Boah, das ist knapp, Alter. Garcia's. Oh, you, 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 you took my goddamn guts out. I'm, I'm, fuck. Oh, you must be okay. This is for Mariana. She was a sweet little girl, just minding her own business. Not anymore. Fuck her. And fuck you too. Ich verschone ihn nicht, Alter. Er hat es verdient. Boah. Hä, wie kann er das überleben? Ach du Scheiße, Alter. Ach du Scheiße. Das ist genug, Mann. Er ist weg. So. Das reicht jetzt. Das reicht. Was er hier durchgezogen hat, Mann. Oh nein, Alter. Wir müssen jetzt hier echt aufpassen. Er ist all yours. Of course. Stopp. Please. Nein. Ihr habt... Looting. Du hast aufgeregt, wer wir sind. Du hast aufgeregt, Richmond. Komm schon, David. Das ist Richmond. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Start zu sprechen. Oder ich versuche dir, du wirst schreiten. Okay, okay. Geh es einfach. Ich warte. Komm schon, Mann. Es war nicht so, Mann. Wir waren das nicht so, Mann. Wir waren das nicht so, Mann. Jo war es in on es. Wir haben es in on her. Wir haben es in on her orders. Sie... Sie sagt, wir brauchen es um es zu survive. Das ist gut. Ich wollte es in, aber sie hat gesagt, du wirst du nicht gehen. Ich... 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 Es ist zu late für Sorry, du Backstabber-Shitbag. Please. Don't kill me. I'll help you. I'll... I'll tell everyone in Richmond about this. Nein, nein. I'll help you get back inside. Ja. Der wird sterben. Du hast unsere Tochter umgebracht. Beziehungsweise unsere kleine Nichte. We don't need your help. I'll begging you. Genau, das hat er verdient und nichts anderes, dieses Schwein, Alter. Wer so ein Wichser ist, der verdient es nicht zu leben. Ohne Spaß, Mann, Alter. Das sind für mich keine Menschen, Alter. Ohne Spaß. Ja. Wo ist Lonnie? Er hat uns die Schlip. Hightail die Backstabber-Schwitz nach Richmond. Oh, son of a bitch. Wenn er Warns Joan. Was für die andere? Tot. Oh. Was? Das ist gut. Das son of a bitch killed Mariana. Ja. 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 Die Leute müssen wissen, was wir hier gefunden haben. Was für deine missingen Freunde? Ich bin überraschend, dass du dich interessierst. Kann ich dich umstimmen? Der soll bei uns bleiben, Mann. Der Typ ist krass, Alter. Wer ist da für einen Kick vorhin rausgehauen hat? Wir müssen zurückkommen. Wir müssen nach Richmond zurückkommen, schnell. Ich habe einen Lieblings-Aberen in da. Wir beide tun. Wir alle tun. Ich bin überraschend, Elinor. Ich muss Elinor ausbauen. Als sie sicher ist, ich... Ich werde sie erzählen, wie ich fühle. Hey, wenn die Schmerzen nicht ausfüllen, dann muss ich mich aufhören. Wir brauchen die Allies in Richmond. Lingard und Clint, sie sind unsere beste bete. Wenn ich sie nachdenken, bevor Joan geht, vielleicht haben wir eine Chance. Ich weiß, dass ich bereit war, zu sagen, aber ich kann das nicht ohne dich tun. Ich kann das nicht aufhören. Ich werde das nicht ausfüllen. Ich werde das nicht ausfüllen, Bruder. Natürlich, David. Du bist mein Bruder. Ich habe nie vergessen. Auch wenn du das. Ich bin glücklich, Javi. Du und ich... Wir müssen uns sprechen. Wenn das fertig ist. Wenn Lonnie aufhören, dann wird uns auf uns auf die Garten. Da ist ein Weg zurück ins, um die uns zu retten. Wir können weg von Badger. Das war gerade echt krass, wie bei Prison Break, dieses Feeling gerade. Brother, Alter, du bist mein Bruder. Junge, Junge, Alter, ey. Und ja, Freunde, genau hier machen wir am nächsten Mal weiter, wenn es zurückgeht. Jetzt, ey, 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 Alter, ey, diese Staffel ist echt krass, Mann. Also das Warten hat sich wirklich gelohnt, die drei Monate. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Es ist so eine Spannung, so eine Action, so eine Verschwörung. Alles Mögliche ist hier wirklich, Leute. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Lasst auf jeden Fall wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt am besten auch mal, was ich für ein Spiel jetzt demnächst kriegen soll. Aber wir haben jetzt Beyond Two Souls fertig. The Walking Dead wird bald fertig sein. Resident Evil ist kurz vorm Ende. Wir brauchen unbedingt ein neues Spiel, eventuell. Let's play ich bald wieder Last of Us. Das habe ich ja fast zwei Jahre nicht letztes Spiel gehabt. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Das war's dann jetzt auch. Ich bin raus. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.